Hallo. Wir ziehen euch ab da drüben. Haben wir viele Kinder dabei? Kannst du mal gucken? Da sind sehr viele Erwachsene. Die haben hinten nur so kleine Pimpfe. Wir ziehen euch ab. Wir ziehen euch ab. Wir ziehen euch ab. Schneller! 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 Noch schneller! Nein! Scheiße! Wir müssen mehr essen. Das ist doch cool. Ich bin auch warm. Wir sind richtig schneller. Na ja. Wir müssen uns ja schnell verpieseln von denen. Die uns doch beleidigen oder so. Meine Augen tränen nur so etwas. Was? Seid ihr glücklich? Guck mal, dafür ist unsere Strecke länger. Ich würde jetzt gerne auf die andere Seite fahren. Das war die beste. Stehen da viele? Hallo Kamera! Kommt die Sonne wieder raus. War gar nicht so langsam wie sie von außen aussieht. Momentan. Aber die kann doch schneller. Wir haben leider noch nicht gegessen heute. Wir haben leider noch nicht gegessen heute. Wir haben leider nicht gegessen. Wir haben eine Nachkurz touchante. Nein! Wir haben noch einmal gelesen.